Hallo und herzlich willkommen bei Folge 51 des Podcasts Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska. Ich arbeite seit gut elf Jahren als systemischer Coach in Regensburg und unterstütze Menschen dabei, ihren Herausforderungen mit möglichst viel Klarheit, Selbstbewusstsein und Gelassenheit zu begegnen. In diesem Podcast gibt es immer im Wechsel ein Mutmachgespräch und eine Erklärbärfolge. In den Mutmachgesprächen habe ich Gäste, die mir von verschiedenen Krisen aus ihrem Leben berichten und dann vor allem davon erzählen, was ihnen dabei geholfen hat, diese Krisen zu meistern und an ihnen zu wachsen. In den dazugehörigen Erklärbärfolgen suchen meine Freundin Sophie und ich dann ein, zwei Aspekte aus dem jeweiligen Gespräch heraus, beleuchten die Hintergründe und vertiefen das Thema. Diese Folge heute ist wieder so eine Erklärbärfolge und bezieht sich auf das Gespräch von letzter Woche, mit Vanessa. Vanessa erzählte uns, dass sie als Kind von ihrer Mutter geschlagen wurde, es dann bei ihren eigenen Kindern auf jeden Fall besser machen wollte, aber ziemlich viel Arbeit investieren musste, um aus diesem Kreislauf von Ohnmacht, Wut und Aggression auszusteigen. In dieser Folge sprechen wir darüber, was man tun kann, um sich übernommene Familienmuster bewusst zu machen und sie dann zu verändern. Viel Spaß beim Anhören! Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Erklärbärfolge. Mit mir sitzt Sophie wieder hier. Hallo! Wir haben schon unseren obligatorischen Crêpe gegessen. Ja. Und Folge 51 heute. Huhu! Wir sind quasi übers Jubiläum schon drüber. Ja, weil irgendwie passe das nicht, das ist das letzte Mal anzukündigen. Jetzt habe ich beschlossen, wir feiern dann einfach die 60. Klingt gut. Gut, ihr Lieben, wir haben wieder eine Erklärbärfolge und zwar zu dem Gespräch von Vanessa letzte Woche. Vanessa hatte ich ja angekündigt als Freundin, die habe ich angefragt mit einem Erziehungsthema. Ich habe gedacht, dass das in eine völlig andere Richtung läuft, viel lockerer, bis sie dann da saß und mir eingefallen ist, ah ja genau, das war ja und das war ja und das war ja, war dann irgendwie nicht so locker. Obwohl wir viel gelacht haben beim Aufnehmen. Wie ging es dir mit der Folge? Ja, hat mich ganz schön durchgewühlt auch. Schon geil. Ihr Lieben, entweder ihr wisst eh schon, wovon wir reden, weil ihr sie gehört habt, wenn nicht, falls ihr hier das erste Mal einschaltet, fasse ich kurz zusammen. Denn wir beziehen uns bei den Erklärbärfolgen ja immer auf ein Mutmachgespräch von der Woche vorher. Und die liebe Vanessa hat sich Zeit genommen und hat uns erzählt von ihrer Kindheit. Die ist aufgewachsen, naja eine Zeit lang, mal drin, mal draußen bei den Zeugen Jehovas. Aber die Überzeugungen der Zeugen Jehovas, die haben auf jeden Fall gewirkt, egal ob sie gerade aktives Mitglied war oder nicht. Die Eltern haben sich getrennt. Dann gab es neue Männer, die Frauen hatten, also die Frauen der Familie, Mama, Tante, Oma, hatten nicht besonders gutes Männerbild. Der Bruder von Vanessa war drogensüchtig, relativ früh und es gab echt viel Gewalt. Und vor allem nicht nur, nur in Anführungszeichen, nicht nur physisch, sondern auch echt viele psychische Demütigungen. Ja, das war ganz schön krass. Ja, finde ich auch. Also das sind einfach so die Bilder, weißt du, ich weiß die Geschichte ja, ich kenne das, aber wenn es dann so plastisch beschrieben wird, ist es schon nochmal heftig wieder. Ja, und dann hat Vanessa uns erzählt, wie sie Muster aus dieser Kindheit weitergetragen hat. Also sie wollte es besser machen, sie wollte ihre Kinder auf jeden Fall anders erziehen und hat halt trotzdem so viel mitgekriegt, dass das Wollen nicht gleich das Können war. Und dann hat sie beschrieben, sehr, sehr ehrlich finde ich, also unglaublich mutig, sich da so nackig zu machen, dass sie ihren kleinen Sohn auch angeschrien hat, bis sie heiser war, dass sie ihm auf den Windelhinteren gehauen hat, mal auf die Finger geklopft und dann irgendwann auch geohrfeigt. Und dann hat sie irgendwann festgestellt, sehr schockiert über sich, dass dieses Kind bei ihr nicht gut aufgehoben ist und entweder das Kind muss weg, muss zu jemand anderem oder sie ändert was. Ja, und dann hat sie beschrieben, wie sie es geändert hat und heute lebt sie sehr friedlich in einer zuckersüßen Patchwork-Familie und hat gesagt, manchmal ist es schwierig, bestimmte Gefühle wie Wut im Griff oder im Zaum zu halten, aber sie hat einfach Wege gefunden, damit umzugehen. Ja, also wie gesagt, mich hat der Podcast sehr beschäftigt auch noch, vor allem auch ein bisschen aus dem Grund heraus, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nur mitgekriegt, mitgesehen, gehört hätte, wie Vanessa mit ihren Kindern oder mit ihrem Erstgeborenen, war das ja, umgeht oder umgegangen ist, so muss man es ja bezeichnen, Ich wäre da schon relativ zügig in einer Verurteilung gewesen. Also in einem, das macht man doch nicht, man schlägt seine Kinder nicht, man schreit die nicht an, bis man heißer ist. Aber dann ihre eigene Kindheit und Hintergrundgeschichte dazu zu hören, das hat für mich sehr viel Verständnis reingebracht. Ja, ich bin da voll bei dir. Also ich kenne das auch, wenn man irgendwo beim Einkaufen ist oder so und dann sieht man, wie Mama oder Papas Kind so am Arm hinter sich herzerrt oder anbrüllt oder so. Das ist auch was, wo ich zusammen zucke, am liebsten dazwischen gehen würde. Nur so geht es Vanessa halt auch. Oder so ging es Vanessa auch. Das war nichts, was sie wollte. Und ich finde das, wenn man da keine Idee zu hat, dann denkt man ja, wenn sie das nicht will, soll sie es halt lassen. Nein. Aber sie hat das so bildlich beschrieben, so nachvollziehbar beschrieben, dass wenn der Schalter fliegt, also wenn da wirklich so eine Ohnmacht und dann die Wut übernimmt, dass du in dem Moment keinen klaren Kopf mehr hast, keinen Zugriff mehr auf die Entscheidung. Sondern da ist es einfach schon rum, wirklich der Schalter ist geflogen, hat sie gesagt. Ja, und dass du dann halt wirklich, dann kannst du dir vorher monatelang, jahrelang zurechtlegen, so will ich es besser oder so will ich es machen mit meinen Kindern. Und das sind die Sätze, die ich sagen will und das sind die Handlungen, die ich tun will. Aber wenn es den Schalter umhaut, haut es den Schalter um und dann hast du null Zugriff mehr auf das, was du dir da so schön zurechtgelegt hast in aller Ruhe und Besonnenheit. Mhm. Und ich kenne das ja, wie gesagt, auch noch von anderen zum Teil, also auch zum Teil Freundinnen, die ähnliche Geschichten haben. Die haben das hinterher jedes Mal sofort bitterlich bereut. Also sich geschworen, es passiert nie wieder. Und auch vielleicht könnt ihr euch da ungefähr reinversetzen, wenn ihr mit dem Thema nichts zu tun habt, aber vielleicht schon mal eine Gewohnheit oder eine Sucht aufhören wolltet. Ja, das ist die letzte Zigarette. Ich zünde mir nie wieder eine an. Das mache ich heute nicht. Und dann guckst du dir dabei zu, wie du das Gegenteil von dem machst, was du dir vorgenommen hast. Ja. Also vielleicht kriegt ihr da ein bisschen Fuß in die Tür. Weil, und das hatten wir auch letzte Woche dann, es geht ja null drum, irgendwas zu relativieren oder zu schmälern oder so. Hat auch Vanessa nicht gemacht, weil gerade sie weiß, wie sich ein geschlagenes Kind fühlt. Es ist nur, wenn man halt nur verurteilt, dann kann man entweder sagen, ich meide das, ich will damit nichts zu tun haben oder man geht in die Bestrafung. Ja. Und in dem Moment, wo du es schaffst, dich so weit zu öffnen, dass du Verständnis entwickeln kannst. Nicht im Sinn von gutheißen, sondern ah ja, ich verstehe die Prozesse, die da ablaufen. Dann kannst du gucken, wie können wir helfen? Was kannst du tun? Also ich als Außenstehender auch? Ja, als Außenstehender, als Beteiligter, als Betroffene oder Betroffener. Weil diese Verurteilung ist ja nicht nur von außen. Also gerade auch Vanessa hat das ja erzählt, es ist eine massive Selbstverurteilung. Ja, dich da im Spiegel noch anzugucken und halbwegs zu mögen, ist echt eine Nummer. Es gibt ja auch Leute, die schlagen andere und fühlen sich dabei völlig im Recht und sagen, ja, hättest du mich halt nicht provoziert. Oder die einen gewissen Spaß an der Macht haben. Aber in dieser Welt bewegen wir uns ja gerade nicht. Sondern das ist wirklich die pure Hilflosigkeit, die kompensiert wird durch Aggression, die sich dann wie explosiv nach außen richtet. Ja. Und jetzt haben wir ein bisschen gerattert, was wir daraus machen. Beziehungsweise ich habe gerattert, mir etliche Punkte aufgeschrieben, weil da so unendlich viel drin war wieder. Also auch dieser Einblick in die Zeugen Jehovas, was das macht mit einem Kinderhirn. Ja. Ja. Und das ist jetzt mal unabhängig von den Zeugen Jehovas. Das kann auch jede andere Glaubensgemeinschaft sein. Aber wie viel das Einfluss nimmt. Ja. Also das wäre sehr spannend gewesen. Ja, das wäre auch was gewesen, wo ich gedacht hätte, einfach aus einem absoluten Interesse raus, hätte ich das gerne irgendwie so mehr vertieft. Oder Vanessa wirklich nochmal ganz detailliert abgefragt. Was habt ihr da? Wie war das? Und überhaupt? Und sowieso. Aber das ist halt, weil das natürlich auch so ein… Da guckt man… Kann man ja nicht reingucken, wenn man nicht Teil dieser Gemeinschaft ist. Ja. Aber das würde jetzt einfach Vanessas Geschichte nicht gerecht werden, wenn wir uns jetzt diesen kleinen Abschnitt rausziehen. Und ihr Lieben, es gibt da echt viele coole Interviews von Leuten, die da tief mit drin waren in irgendwelchen radikaleren Glaubensgemeinschaften und dann aber ausgestiegen sind und wirklich auch mit allen Folgen dann leben mussten. Bei den Zeugen Jehovas ist es ja auch so, wenn du raus bist, ist eigentlich Kontakterbruch, weil mit der weltlichen Seite darf man nichts zu tun haben, darf sich nicht beschmutzen. Aber ich verlinke euch da einfach zwei, drei Folgen von anderen Podcasts. Da gibt es auch ein gutes Buch dazu. Also nicht jetzt zu den Zeugen Jehovas, aber das fand ich auch, habe ich gelesen letztes Jahr, das ist sehr spannend, unorthodox heißt es. Ach, von dieser jüdischen Gemeinschaft? Also da war ich wirklich auch, na nicht schockiert, aber total überrascht, was es da in New York… Also da ist mitten in New York, gibt es da quasi einen ganzen… Mittelalter. Stadtteil, der… Ja genau, wo du dich… Also wenn du es liest, denkst, du bist im Mittelalter gelandet. Sehr empfehlenswertes Buch. Du hast gelesen, vielleicht kennt ihr die Netflix-Serie dazu. Ich kenne mal wieder Podcast-Interviews. Aber kann ich euch dann im Laufe der Woche verlinken. Wir haben uns entschieden, wir gucken eher auf was anderes, wobei diese Beeinflussung ja trotzdem mit reinspielt. Magst du sagen? Weil ich war ganz froh, dass du dann das so schön zusammengefasst hast, was ich hier mindmap-mäßig noch überlegt habe, worauf ich mich denn jetzt konzentrieren soll. Na, was ich für mich als erstes als Frage mir gestellt habe nach dem Hören dieses Mutmachgesprächs von der Vanessa war, wenn ich jetzt als Mutter quasi in dieser Situation bin. Ich habe eine Kindheit erlebt, die in dem Fall jetzt war es eine körperliche, physische Gewalt und auch psychische Gewalt, die da stattgefunden hat. Jetzt habe ich das erlebt als Kind, habe da Erfahrungen gemacht. Jetzt komme ich in meine eigene Mutterrolle hinein und stelle fest, scheiße, ich mache es jetzt genauso. Also was kann ich tun, ganz konkret, wie kann ich das angehen? Ja, dann lass uns da mal ein bisschen wühlen. Zum einen, du musst lachen, herzlichen Glückwunsch, wenn dir das aufgefallen ist, dass du Muster wiederholst, ist schon die halbe Miete. Weil das ist tatsächlich erst mal das Schwierigste zu merken, dass du da Sachen wiederholst, weil es ist ja für dich Normalität und Wahrheit. Es ist ja normal. Du machst ja selten Gedanken darüber, was du halt dein Leben lang als normal kennst. Ja, jein. Also weil jetzt zum Beispiel körperliche Gewalt ist ja schon was, wo ich meine, also jetzt in meiner ein bisschen banalen Erfahrung heraus. Also das muss man halt wirklich sagen, das sind für mich immer Geschichten, die mich sehr beschäftigen, weil ich hatte so eine Bullerbü, Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf Kindheit. Und mich beschäftigt das schon, weil das mich sehr schockiert und ich da wirklich sehr, sehr, also ja, ich habe auch noch mal eine Runde geheult dann, weil ich mir dachte, oh Gott, das arme Kind, das arme Kind. Aber wie gesagt, dann auch viel Verständnis für die Mütter, die da in ihrer absoluten Ohnmacht sind und sich irgendwie nicht anders zu helfen müssen. Das trifft ja auch auf Vanessas Mama zu und auf deren Mama und so, wo dann auch wieder, also das hatte ich in der letzten Folge gesagt, falls ihr es nicht gehört habt, wo wir mit diesem Begriff oder mit diesem Konstrukt von Schuld nicht weiterkommen. Weil du kannst zwar immer gucken, wer ist Opfer, wer ist Täter, aber dann guck dir den Täter an und wenn die halt vorher auch Opfer war, in dem Fall jetzt die, na wo willst du denn anfangen und wo aufhören? Es hat ja immer eine Ursache, warum sich jemand so verhält, wie er oder sie es tut. Ja, aber ich schweife ab. Also ich stimme zu, das sind die heftigen Geschichten, wo dir in der Regel dann schon auffallen könnte, aber ich sage auch könnte, weil auch da nicht jeder macht sich darüber Gedanken, wenn es normal ist. Es ist normal. Wenn du keinen anderen Umgang kennst, dann stellst du den nicht in Frage und es gibt diese Familien, wo das der normale Umgangston ist. Und ich würde es gerne ein bisschen breiter fassen, dass wir nicht, also mal wieder nur in Anführungszeichen, auf diese fetten, heftigen Themen eingehen, sondern das geht ja auch in viel harmloseren, kleineren Varianten. Also ich musste irgendwann zu Hause mal lachen, weil die Kids, ich glaube, die haben die Türen zugeschmissen oder so, aber nicht im pubertären Wahn, sondern einfach so unachtsam. Und ich hinterhergebrüllt habe, die Tür hat eine Klinke. Und im nächsten Moment dachte ich, scheiße, ich bin meine Mutter. Ja, das stimmt. Weißt du, das sind die völlig harmloseren Varianten, wo ich aber auch denke, ja, du wiederholst und wiederholst und wiederholst. Ja, und es gibt es ja auch, ich finde auch sprachlich, also dass man halt bestimmte Sätze sagt, die man von seinen Eltern gehört hat und dann auf einmal wiederholt. Ja, und vielleicht, ob er halt nie sagen wollte. Genau. Ja, deswegen mal gucken, es ist ein Versuch, ob wir das so weit fassen können, dass da sowohl die heftigen als auch die harmloseren Sachen drin sind. Und deine Frage war jetzt, ich stelle fest, ich habe ein Verhalten übernommen. Ich möchte damit aufhören, was tue ich. Richtig? Genau. Also was kann ich ganz konkret machen, damit mir, also jetzt mal ganz platt gesagt, damit mir das nicht wieder passiert. Okay, ich atme durch, denn das sind viele, viele Schritte. Das ist ein Prozess. Also ich würde da jetzt gerne eine kurze, knappe Antwort geben. Das wird mir ganz sicher nicht gelingen. Das hat auch Vanessa ja gezeigt, dass die echt, die hat hart an sich gearbeitet, die musste viel lernen, viel üben, weil das zu verstehen ist nicht die große Kunst. Zu kapieren, was da abläuft, das geht relativ fix. Aber nur, weil du es verstanden hast, hat es zum einen oft der Körper noch nicht begriffen und zum anderen ist Umsetzung noch völlig anders bei Schule. Also von daher, ich würde wie immer, da ich ja Fan von Aufschreiben bin, wirklich erst mal ganz konkret aufschreiben, was sind die Verhaltensweisen, die dich stören? Also die mir jetzt aufgefallen sind, wo ich sage, so will ich es eigentlich nicht machen. Eigentlich und uneigentlich, genau, so ganz konkret, damit das nicht nur so ein schwammiges Gefühl ist, sondern jetzt, also lass uns nicht die ganze Folge auf Vanessa beziehen, aber ich hole sie nochmal kurz dazu. Das ging ja nicht nur los bei, ich möchte nicht auf den Windelpoe hauen, sondern ich möchte auch nicht schreien, bis ich heißer bin. Ich möchte vermeiden, dass mich mein Kind mit aufgerissenen Augen angstvoll anguckt und so. Also wo fängt es denn an? Was möchtest du verändern? Einfach, weil sonst die Gefahr ist, dass du in so eine Lähmung hüpfst, weil du jetzt von allem das Gegenteil willst. Und das ist aber nicht schwarz-weiß. Wenn du dir jetzt vornimmst, ich bin immer sanftmütig, ich schreie nie und so, das kann man sich schon vornehmen. Aber, und auch das kenne ich witzigerweise von einer Freundin, von einer anderen, die ist irgendwann in dem Extrem gelandet, dass sie sich unheimlich schwer damit getan hat, überhaupt irgendeine Grenze zu setzen oder überhaupt mal auf eine bestimmte Art und Weise Nein zu sagen, was bei einem Kleinkind schwierig ist. Ja, und deswegen erstmal so konkret wie möglich. Dann die größte Hürde ist die Akzeptanz. Das hatten wir ja immer wieder schon. Gibt es auch eine extra Folge zu. Akzeptieren heißt nicht gut finden. Die Akzeptanz von? Deinem aktuellen Verhalten, der Ist-Situation. Also wenn du jetzt dein Kind anpollst, wenn du dein Kind schlägst, wenn du dein Kind demütigst, wenn du, machen wir es in den weniger drastischen Varianten, wenn du deinem Kind nichts zutraust, es ständig betüttelst, vielleicht mehr kontrollierst, als du solltest, ihn weniger zutraust, als du solltest und so. Ja, wenn das Verhaltensweisen sind, die du von früher kennst, wo du sagst, so werde ich nie, ich werde das nie machen, dann ist da ja unheimlich viel Verurteilung drauf. Das ist was ganz Schlechtes, was du auf keinen Fall machen willst. Ja. Und blöderweise bindet uns Verurteilung immer an das, was wir verurteilen. Das ist wirklich wie so eine Kette. Bevor du was verändern möchtest, musst du akzeptieren, dass es gerade ist, wie es ist. Also, dass ich das gerade genauso mache, wie ich es eigentlich nicht machen wollte. Wie ich es selber erlebt habe und scheiße fand zum Beispiel. Genau. Weil der Satz im Kopf ist ja, ich sollte es nicht so machen, ich sollte es nicht so machen, ich sollte es anders machen, ich bin so schlimm. Und dann bist du so mit dem beschäftigst, was gerade alles doof ist, dass es ganz schwierig ist, diesen Switch hinzukriegen zu dem, wo du hin möchtest. Verurteilung ist immer wirklich wie so eine Kette, als ob du so eine Kanonenkugel angekettet hinter dir her schleifst. Und deswegen betone ich da auch wiederholt, doppelt und dreifach, akzeptieren heißt nicht, Freifahrtschein, ach, ich habe es akzeptiert, ich habe ja gesagt, passt schon. Sondern Istzustand, es ist gerade so, wie es ist, ich verhalte mich gerade so, wie ich es nicht möchte, ich kriege gerade nicht umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe. Und dann ist der nächste Schritt zu gucken, und das geht in der Regel Hand in Hand, zu gucken, da weißt du denn, warum du machst, wie du es machst oder was du machst. Und das zögere ich, aber ich glaube, das geht ohne Hilfe nicht. Das muss nicht immer eine professionelle Hilfe sein, das kann auch ein gutes Gespräch zwischen engen Freunden sein oder innerhalb von der Familie. Aber wenn du merkst, ich schreie mein Kind an oder ich schlage mein Kind, warum, was passiert in dem Moment mit dir? Also was ist in der Situation der Auslöser oder was sind die Gedanken, die Gefühle, die mir durch den Kopf rauschen, quasi durch den Körper rauschen? Also wo fliegt der Schalter? Weil zu sagen, das Kind hat jetzt, keine Ahnung, bleiben wir beim Kleinkind, einen Teller nicht aufgegessen oder einen Becher umgekippt. Und in einem halbwegs stabilen Zustand, kann man da genervt mit den Augen rollen, aber dass das dazu führt, dass es jetzt eine Kopfnuss gibt oder irgendwas, ist ja schon ein bisschen seltsam. Ja, oder dass ich es jetzt fünf Minuten lang anschreie. Ja. Ist jetzt für den Vorgang, der da passiert ist, etwas trüber. Meinst du das? Na so ungefähr, zumindest sehen wir das so. Wenn du das in dem Moment nicht so siehst, versuch rauszufinden, warum. Ja, weil es ist ein totaler Unterschied, ob du jetzt denkst, diese kleine Kackbratze will mich ärgern, die macht das mit Absicht. Ja, jetzt hat er das schon fünfmal gemacht. Fünfmal habe ich gesagt, er soll es nicht machen. Ja, das ist ein Machtspiel, das macht er nur, um mich zu ärgern. Das ist ein völlig anderes Gefühl oder ein anderer Gedanke, als wenn du jetzt da sitzt und denkst, ich bin so übermüdet, so überreizt, ich schaffe das nicht, das jetzt nochmal aufzuwischen und dann explodierst vor lauter Überreizung. Mhm. Okay. Ja, das jetzt mal als zwei mögliche Beispiele, da gibt es zig andere. Aber das, das ist nicht einfach, da rauszufinden, was geht denn gerade in dir vor, nur du kannst ja nur ändern, was du kennst. Was du verstehst, ja. Und bei Vanessa war das ganz eindeutig so, in den Momenten, wo die Ohnmacht so stark war, hat die quasi bildlich, nicht wirklich, nicht tatsächlich, aber bildlich gesehen um sich geschlagen. Autopilot. Autopilot, nimm alles von mir, also wirklich diese völlige Ohnmacht, damit die Überforderung. Und das ist ja exakt das, was sie in ihrer Kindheit kannte, wo sie sich nicht wehren konnte. Jetzt als Erwachsene passt das Gefühl nicht zur Situation. Also diese Ohnmacht, diese absolute Hilflosigkeit passt nicht zu den Auslösern, was ihr Sohn in dem Moment gemacht hat quasi. Das ist das berühmte Knöpfchen, was gedrückt wird. Und da kann das Kind nichts dafür, da haben die Kinder auch, zumindest in dem Alter, von dem wir hier reden, überhaupt keine Ahnung von. Das ist so dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ja, genau. Wenn du traumatisiert bist und bestimmte Gefühle da sind, dann sind die in der Regel ja unverarbeitet. Und wenn da wieder jemand rein piekst, absichtlich oder unabsichtlich, und die Kinder machen es in der Regel unabsichtlich, dann explodiert es da schon wieder. Schon wieder ist das Pulverfass hochgegangen. Und das ist dann, das ist total schwierig, wenn dann jemand kommt und sagt, was soll ich denn da machen? Ja, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen. Weil ich meine, ich will ja irgendwie diese Situation verändern. Ja, und das meine ich, das ist so schwierig, weil das nicht auf Knopfdruck geht. Weil du kannst nicht diese Ohnmacht handeln, diese Aggression handeln. Du kannst das nicht üben oder anfangen, damit das zu üben, in dem Moment, wo du explodierst. Weil da ist die Verbindung zu deinem klaren Hirn einfach schon gekappt. In dem Moment geht das nicht, dass du anfängst, das zu üben. Das heißt, die allererste Sofortmaßnahme, die ich da jemandem empfehlen würde, ist, sucht euch dringend Unterstützung und Hilfe. Weil jemand, der, ich sag mal, ausgeruht ist, der ab und zu Bewegung kriegt und frische Luft und so weiter, der hat eine längere Zündschnur als jemand, der sowieso schon völlig überreizt ist. Und das sind ja Eltern doch gern mal. Wir reden jetzt viel von Müttern, weil sich die Geschichte auf Mütter bezogen hat. Aber das ist ja bei Vättern nichts anderes. Ja, und wenn jetzt ein Elternteil eh schon völlig überarbeitet ist, übermüdet, gestresst, dann passiert halt auch viel schneller, dass dieses Knöpfchen gedrückt wird, als wenn jetzt jemand gute Unterstützung hat im Alltag. Immer mal wieder Pausen für sich, ihr Bauch und so. Zeit zum Runterfahren, Zeit zum Ausschlafen. Und ich weiß, das redet sich wahnsinnig leicht und ist oft ganz weit weg vom realistischen Alltag. Nur es gibt Hilfen. Bleibt da relativ penetrant. Da einen Mund aufmachen zu üben, zu lernen, sich Unterstützung zu holen. Das ist so die Erstmaßnahme. Ja. Und dann, und das geht eben nicht auf Knopfdruck, das ist ein längerer Prozess, geht es darum, rauszufinden, hatten wir gerade schon, was geht denn ab gerade? Was sind die Auslöser, damit du dann vielleicht auch schon vorher eingreifen kannst? Und dann, Vanessa hat das ja auch schon erzählt, sie hat lange geübt, den Umgang mit Ohnmacht, den Umgang mit Wut. Und auch da wiederhole ich mich heute, wir hatten das mehrfach in den Folgen. Wut und Aggression, das sind so ganz oft Kompensationsgefühle. Da ist in der Regel irgendwas drunter, was sehr viel passiver ist. In der Wut kannst du stampfen, Türen knallen, dich gegen jemanden oder etwas richten, brüllen. Du kannst es rauslassen. Das ist was Aktives, wo du noch in irgendeiner Form handlungsfähig bist. Und in der Regel kommt das, um das, was an passivem Schmerz da ist, nicht fühlen zu müssen. Das kann jetzt sowas sein wie absolute Hilflosigkeit, dieses der Situation ausgeliefert sein. Das kann auch eine Traurigkeit sein, das kann Einsamkeit sein, Verzweiflung, auch Angst. Und um all das widerlich, eklig, schmerzhaft nicht fühlen zu müssen, klingt doof, aber es ist leichter, wütend zu werden. Ja, weil ich halt was tun kann. Also das verstehe ich schon, dass das aufgrund des Aktionismus, in den ich dann reinkomme, wird ja quasi auch diese Anspannung dann abgebaut. Ja, genau. Es ist halt nur keine bewusste Entscheidung, so dass du da sitzt, ach, das Gefühl ist jetzt aber nicht so schön, könnte ich mal wütend werden. Also so natürlich nicht, sondern das sind Millisekunden, wo das Stammhirn greift und dann auf Angriff übergeht. Deswegen ja auch hinterher der Zustand, wo man es völlig bereut und sich völlig entsetzt fast, an den Kopf greift und sagt, warum habe ich das gemacht? Ich will das nicht. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und dann ja mit vielen Entschuldigungen und vielen Tränen versucht, das irgendwie wieder auszugleichen, was aber halt auch nicht geht. Und das sind jetzt Sachen, wenn wir von der Gewalt wegkommen. Wenn jetzt jemand dieses Überbetüdelnde hat, so komm Kind, die Welt ist böse und gefährlich, ich nehme dir was ab, ich helfe dir, ich löse deine Probleme für dich und so. Also da wissen die Betroffenen auch oft, dass sie übers Ziel hinausschießen und dass aus Kindern, denen man nichts zutraut, die sich nicht ausprobieren dürfen, sehr unsichere Erwachsene werden, die dann denken, sie können nichts. Und trotzdem ist es manchmal, naja, dann, wie soll ich das sagen? Du weißt zum Beispiel in der Küche, wenn das Kind kochen lernen will, muss ich es an den Ofen lassen oder die heiße Pfanne mit der heißen Pfanne hantieren lassen. Und dann in dem Moment zu sagen, ich halte das jetzt aus, ich halte dieses Gefühl jetzt aus und springe nicht rein und sage, ach Kind, lass mich machen. Ich mache das schnell für dich. Also ich halte dieses Gefühl aus, zum Beispiel der Angst ums Kind, dass es sich die Finger verbrennt, wehtut, Schmerzen hat und so weiter. Ja, darauf wird es dann letztendlich leider hinauslaufen, auf das Fühlen dieser alten schmerzhaften Gefühle. Und jetzt haben wir ja vorher gesagt, ich will Sachen, die ich erlebt habe, nicht wiederholen. Manchmal ist es auch so, ich habe das eine erlebt und wiederhol es dann nicht, kippe aber ins andere Extrem. Zum Beispiel? Zum Beispiel, Geschichte aus meiner Familie wieder, meine Mama wurde sehr kontrolliert, die durfte keinen Sport machen, nicht im Freien spielen, weil die sollte sich nicht dreckig machen und so. Also, ja, die durfte ganz viel nicht. Die saß quasi am Rand und lesen war okay, aber musste halt anderen mehr oder weniger zugucken, wie die getobt haben und ihre motorischen Fähigkeiten ausprobiert. Und Mama hat sich ganz klar vorgenommen, das wird bei uns mal anders, bei mir und meiner Schwester. Und die hatte immer Wechselklamotten dabei, wir durften in jeden Springbrunnen hüpfen und so. Also, das ist jetzt sowas, was mir einfällt, dass du, wenn du erst zu viel Kontrolle hast, dann irgendwann vielleicht zu wenig hast. Weil das, ich hatte das schon in einer der früheren Folgen erzählt, dass das bei uns so war. Dieses, Kinder, ich traue euch zu, macht, ich sperre euch nicht ein, probiert euch aus. Für mich total cool war. Ja. Und bei meiner Schwester aber als Desinteresse angekommen ist. Also, ich interessiere mich gar nicht, was ihr eigentlich den ganzen Tag tut. Ja, ja, mach nur. Gemeint hat, Mama, ich traue euch das zu, erobert die Welt, ihr schafft das schon. Und bei meiner Schwester kam es an wie, mir doch egal, was du treibst. In einem gewissen Alter, ne? Ja. Das war so, dass Mama das eine Extrem, was sie erlebt hat, dass das Pendel so ausgeschlagen hat, genau ins andere Extrem. Und das kann auch sein, dass man von Mustern geprägt ist und es dann nicht wiederholt, aber vielleicht relativ zwanghaft das Gegenteil macht. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, das so einzuordnen, wenn du sagst, was mache ich da, weil das krass individuell ist. Jetzt waren wir ganz viel in der Gegenwart irgendwie so mit dem, was mache ich, wenn. Aber mich dann nochmal mit meiner Kindheit auseinanderzusetzen und den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist ja dann trotzdem schon nicht unpraktisch, oder? Kommst du nicht drumherum im Prinzip? Weil da komme ich ja ran an diese Gefühle, die unter dieser Wut wahrscheinlich stecken. Zum einen das, zum anderen sind es nicht nur die Gefühle. Ich habe da auch so Sätze im Kopf, die Vanessa erwähnt hat zum Beispiel, als sie dann ihr Kind hatte. Und die hat gesagt, sie ist schockverliebt gewesen in dieses wunderschöne Jungsbaby. Und hatte gleichzeitig total Frust, weil sie die Sätze im Kopf hatte, die sie früher mal gehört hat. Jetzt ist dein Leben vorbei. Die nächsten 18 Jahre sind vorbei. Die nächsten 18 Jahre kannst du streichen. Und das ist ja nichts, was jetzt jeder junge Mensch, der ein Elternteil wird, automatisch denkt. Sondern das sind Sachen, damit wurde ihre Platte bespielt. Die hat sie immer wieder gehört. Oder diese Geschichte hier, dass Sex was ganz Schlimmes ist und so weiter. Also von daher, wenn wir die Vergangenheit aufarbeiten, es geht nicht nur um die Gefühle, die noch nicht verarbeitet sind. Sondern es geht auch ganz viel um diese Weisheiten, die man so mitbekommen hat. Von seinen Eltern mitbekommen hat. Ja, ich will es mal nicht zu weit fassen. Es sind nicht nur die Eltern, die mit denen man aufwächst. Die prägen natürlich am meisten, logischerweise. Aber es ist schon auch generell das Umfeld. Und dann prägt uns ja alles. Kinder saugen ja erstmal jede Information auf. Das heißt, da spielen Medien eine Rolle. Religion spielt eine Rolle. Kultur hat Einfluss. Freundeskreis hat Einfluss. Ich zögere nur, damit ihr Lieben nicht davor sitzt und denkt, oh Gott, ich fange gar nicht erst an, weil es ist so viel. Sondern wenn man Kinder bekommt, finde ich es extrem sinnvoll, sich hinzusetzen und nochmal mit der eigenen Kindheit zu beschäftigen. Mit Elternrollen, mit dem, was man vorgelebt bekommen hat. Und bevor wir in die Vergangenheit abtauchen, wir hatten ja auch schon mal, ich glaube Folge 4 war das, ganz am Anfang, das mit den Werten. Also es ist schon auch sinnvoll, wenn sich idealerweise beide Elternteile zusammen hinsetzen und gucken, was haben wir denn für Werte für unsere Kindererziehung. Ah, okay. Was wollen wir mitgeben? Wo wollen wir hin? Ja, wie wollen wir leben? Was ist wichtig? Was sind die unverrückbaren Werte unserer Erziehung? Weil jetzt auch wieder, Beispiel Vanessa, die wusste, was sie nicht will. Aber was will sie stattdessen machen? Wie wirst du dann umgehen? Und dann hat sie ja gesagt, sehr ehrlich, sie bindet ihren Sohn jetzt ganz viel mit ein, der darf auch Entscheidungen mittreffen. Die reden unheimlich viel. Also so in Werten ausgedrückt wäre das wahrscheinlich liebevolle Erziehung, Gleichwertigkeit, Beteiligung, sowas. Und das kann auch ganz doll helfen, wenn ich sage, ich möchte ein bestimmtes Verhalten nicht mehr, dann weiß ich ja, ich will weg von. Aber immer dieses hatten wir auch erst kürzlich, hin zu was. Damit du so ein Ziel vor Augen hast. Weil dann kannst du idealerweise auch wieder mit Unterstützung gucken, wie kannst du denn in solchen Situationen, wo du jetzt reagierst, wie du es nicht willst, wie kannst du dich denn stattdessen verhalten? Also wie kannst du denn deine Werte leben? Wenn dir eine liebevolle Erziehung wichtig ist, wie würde die denn in so einem Moment stattdessen aussehen? Ah, ja, okay. Und vor allem auch liebevoll dir selbst gegenüber. Weil heute in dem Alter, wo ihr Sohn jetzt ist, geht das, wenn sie sagt, sie merkt, diese Wut steigt auf, diese Alte, das ist noch nicht weg. Aber dann sagt sie zu ihrem Sohn, hey, ich brauche kurz drei Minuten, ich gehe mal raus. Dann atmet sie, zählt durch, spürt die Füße auf dem Boden und so weiter. Und dann hinterher klären sie, was los war. Das heißt nicht, dass sie sofort, oh, die Wut kommt, ach, ich lächle das weg, es ist alles supi. Das wäre ja wieder eine andere Art von Verdrängung. Sondern sie hat einen Weg gefunden, dass ihre Gefühle da sein dürfen. Und das ist ganz sinnvoll, das mal zu definieren. Was heißt denn liebevolle Beziehung? Heißt liebevoll, ich muss immer nett sein, ich muss immer lieb sein. Das ist ja das nächste Extrem, oder? Ja, klar. Also klingt sehr anstrengend einfach. Unerreichbar. Weil wenn ich einen scheiß Tag habe? Nee, nicht mal das, sondern wenn du Grenzen setzen musst, und das musst du bei Kindern. Und das ist egal, ob jetzt der Zwerg den 15. Schokoriegel will oder die Elfjährige bis 24 Uhr feiern gehen. Also du musst ja Grenzen setzen. Und wenn du dann den Zwang hast, boah, ich bin nicht so gemein wie meine Eltern, ich mache das ganz lieb. Und dann fängst du an zu säuseln, zuckersüß, ach Mäuschen, das wäre mir jetzt nicht ganz so recht. Das funktioniert ja nicht. Ja, also auch zu trennen, dass du in einer klaren Bestimmtheit Grenzen setzen darfst, ohne dass das böse ist oder unlieb. Ja, spannend, ja. Und das braucht, finde ich, schon Klarheit, um zu sagen, ja, Schlagen ist doof. Schreien bis mal heiser ist auch doof. Aber was denn stattdessen? Und dann kommen nämlich ganz oft voll schräge Disney-Vorstellungen, die mit Alltagsrealität auch nichts zu tun haben. Naja, genau, wo ich dann halt ins andere Extrem rutsche und das Leben auch nicht leichter wird damit. Ja, genau, und du rutschst vor allem in einen anderen Zwang. Wenn du sagst, so will ich das nicht machen, deswegen auch diese Verurteilung erst mal gucken, ob du das durch Akzeptanz ersetzen kannst. Also diese Verurteilung neutralisieren quasi, damit du dann eine Freiheit hast und eben nicht von einem Zwang in den Gegenteiligen kippen musst, dass es nicht so schwarz-weiß ist. Weil dazwischen in dem bunten Bereich, da ist es spannend und da ist es einfacher. Und jetzt bin ich schon wieder gehüpft, du hattest nach Vergangenheit gefragt. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich bin der absoluter Verfechter von Austausch. Das geht bestimmt alleine, aber alleine hat man relativ schnell einen Tunnelblick. Es ist cool, wenn du jemanden hast, der Fragen stellt. Und nochmal, das muss kein professioneller Coach oder Therapeut sein. Das gibt zum Beispiel auch hervorragende Kartenspiele mit Fragen oder so, wo man das im Freundeskreis machen kann. Also Fragen zur Kindheit auch? Fragen zur Kindheit, Fragen zu Eltern, Fragen zu Erziehungsmethoden, wo du selber guckst, was sind denn meine schönsten Erinnerungen, was sind die schlimmsten, wo hatte ich Angst, wovor habe ich mich geekelt, was habe ich an meinen Eltern ganz schlimm gefunden? Und wenn dann wirklich, wenn wir in so drastischen Bereichen sind, wie da war Gewalt, was hast du gefühlt in dem Moment, was hast du gedacht, was hätte dir geholfen? Da kommt kurz jetzt der Schlenker zur inneren Kindsarbeit, keine Ahnung, ob wir das hier schon mal hatten. Ich glaube nicht. Wenn ich in der Praxis von innerem Kind rede, meine ich die jüngere Variante von dir, die bestimmte Erlebnisse noch nicht verarbeitet hat. Du kratzt am Kopf, zum Beispiel. Genau. Danke. Ich muss schon gar nichts mehr sagen. Du hast mich konditioniert. Ich muss nur gucken oder mich am Kopf kratzen. Zum Beispiel nehmen wir was weniger drastisches, es geht ums Lernen, um Schulstoff, der nicht so richtig reingeht und dann sitzt du vielleicht da und denkst, ich bin doof und ich kapiere das nie und dann machst du dicht und dann fängst du an zu weinen und alles ist ein bisschen blöd. Und dann hat aber keiner wirklich Zeit und die Muse darauf einzugehen, das heißt, es wird dann übersprungen, überspielt, dann geht es halt irgendwie weiter oder du wirst angebohlt, jetzt reiß dich mal zusammen und heul nicht schon wieder rum und dann machst du es halt irgendwie. Dann stellst du vielleicht als Erwachsener fest, ich habe immer ein Problem, wenn ich was nicht verstehe, dann fühle ich mich ganz schnell unter Druck gesetzt, ich halte mich ganz schnell für doof. Wenn ich mit so einer Person sagen würde, lass uns mal innere Kindsarbeit machen und ich mache das jetzt in Kürze, weil das wäre eine eigene Folge wert, dann gucken wir, wie alt warst du denn, als du diese Situation schon mal erlebt hast. Und die, die du warst oder der, der du warst, in dem Alter, dann rede ich von innerem Kind, also deine jüngere Variante. Und dann gucken wir, hey, wie hat sich denn dein kleines Ich gefühlt? Damals in dieser Situation. Ja, was hat ihm gefehlt, was hat der oder die gebraucht? Und dann geht es darum, das ist immer so ein bisschen schräg, wenn man das nur kurz erklärt, wie du als Erwachsene heute mit diesem inneren Kind umgehen würdest. Wenn das jetzt vor dir stehen würde und mal gucken, braucht das jetzt eine liebevolle Erklärung, dann kannst du dir das visuell vorstellen, wie du jetzt dem Kind das erklären würdest. Oder braucht es einfach eine Umarmung und einen Rückentätschel und sagen, das kriegen wir schon hin, du schaffst das. Oder möchtest du als Erwachsene deinem inneren Kind mal zeigen, was du alles so geschafft hast. Hey, übrigens, Mathe dritte Klasse war voll scheiße, aber hier, ich habe eine Ausbildung geschafft. Ah ja. Ja, und wenn wir jetzt zurückhüpfen in diese anderen Situationen, wenn du als Kind Sachen erlebt hast, die verletzend waren und du merkst, hey, ich komme immer wieder in dieses alte Gefühl, in diese alte Angst, in diese alte Ohnmacht. Ich habe mich nicht im Griff, weil dieses Gefühl so übernimmt. Und dann geht es halt darum, dieses Gefühl, naja, ich sage mal zu heilen, ist jetzt ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber das Gefühl da sein zu lassen, einen Weg zu finden, damit umzugehen und sich zu visualisieren, wie man jetzt dieser jüngeren Variante von sich hilft. Das kannst du dann Stück für Stück besser machen. Weißt du noch, Vanessa hat in dem einen Abschnitt gesagt, sie hat ihr Kind angebrüllt und hat gleichzeitig sich selber am Boden liegen sehen, so mit Ohren zugehalten und sie weiß, wie schrecklich das ist. Ah ja. Also nicht in dieser Situation. Das ist zu viel verlangt. Aber hinterher, vorher, in einem ruhigen Moment, wenn sich Vanessa da diese Momente hochholt, diese Situationen und dann sich in der Vorstellungskraft Bilder erschafft, wie sie jetzt diese kleine Vanessa, die sie früher war, in den Arm nimmt und beschützt und in dieser Situation rettet. Dann ist das, als ob nachträglich dieses Gefühl da sein darf und da aber Trost dazu kommt. Das ist quasi wie, als ob es in dieser Vergangenheitsversion, wie in so einem Film, ich habe einmal die eine Version, da war niemand da und dann habe ich in einem anderen Film quasi die andere Version, wo jemand kommt und mich unterstützt. Das ist für das Hirn manchmal ein bisschen abstrakt, dass wir jetzt irgendwas in der Vergangenheit rumwurscheln, aber unser Hirn funktioniert ja zum Glück so. Wenn du jetzt hier sitzt und dir Bilder erschaffst in Gedanken, wie du am Strand sitzt, die Füße im warmen Sand hast, das Meeresrauschen hörst, genau, du fängst schon an zu sabbern, also das geht unheimlich schnell und von außen ist auch sichtbar, die Schultern sinken ein Stück, der Kiefer ist entspannt. Das geht unglaublich schnell. Wenn du dir andererseits vorstellst, bei der Heimfahrt wirst du vom LKW gerammt mit dem Fahrrad, genau, ihr seht Sophie's Gesicht nicht, aber auch das gibt eine unmittelbare Situation und in beiden Fällen ist nichts passiert. Du sitzt hier im Sessel vor dem Mikro, es ist nichts passiert, aber Gefühl und Körper reagieren, das heißt für unseren Verstand ist ganz oft was echt, egal ob wir es erleben oder ob wir es uns nur intensiv vorstellen. Emotionen, Gefühle und Körper reagieren unmittelbar und deswegen kann man auch so Kindheitsdinger heilen, ohne dass wir jetzt tatsächlich an der Vergangenheit was verändern, aber die Gefühle in uns, die Bilder in uns, die können wir verändern. Und wenn jetzt Eltern sich ihren Kindern gegenüber daneben benehmen, dann hat das in den allermeisten Fällen nichts mit den Kindern zu tun, sondern dann stehen da nicht Eltern und Kinder, sondern verletzte Kinder und Kinder. Also früher verletzte Kinder. Dann sind die zwar körperlich erwachsen und groß, aber auf der Gefühlsebene sind die gerade genauso klein und verletzlich. Weil wie gesagt, ein umgefallener Becher ist jetzt kein Grund für ein Drama, aber wenn dein altes Gefühl getriggert wird mit Überforderung oder Ohnmacht oder was auch immer, dann bist du in dem Moment wieder der oder die von früher. Hätten wir das jetzt nicht so sehr auf Kindererziehung heute gelegt, könnte man das auch in Beziehungsthemen ganz hervorragend erklären. Dass das aus zwei erwachsenen Menschen aus einmal zwei Zehnjährige werden, die sich ganz ungerecht behandelt fühlen. Du weißt gar nicht, wovon ich rede. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Aber wir schieben das mal, wir wollten uns ja heute mehr auf die Familie konzentrieren. Also natürlich geht es dann um Vergangenheitsaufarbeitung. Darum diese noch nicht verarbeiteten Gefühle da sein zu lassen und auch da, ja ich wiederhole mich, das anzunehmen und akzeptieren. Ich weiß, das ist keiner von begeistert, aber das hilft. Braucht eine Mischung Übung, das hilft. Und dann irgendwann zu gucken, wenn ich nichts Altes mehr jetzt über eine Situation legen muss, wie so eine Folie, dann kann ich gucken, wie möchte ich mich denn stattdessen jetzt verhalten. In dieser Situation. Ja. Ja. Und nochmal, ihr Lieben, seid da bitte nicht enttäuscht von euch, wenn es nicht sofort klappt. Man kann das nicht in diesen drastischen Situationen anfangen zu üben. Macht das bei vielen kleinen Sachen, die noch nicht so sehr triggern, die nicht so wild sind. Jetzt gucken wir uns beide an, schweigend und überlegen beide, haben wir jetzt die Sachen gesagt, die wir sagen wollten? Ist deine Frage beantwortet? Also ich glaube, meine Frage ist beantwortet. Was glaube ich gut wäre nochmal, können wir das nochmal kurz zusammenfassen? Geht das? Wir können es probieren zumindest. Es steht ja zum Glück keiner mit Rotstift daneben. Ich habe noch eine Ergänzung vor der Wiederholung. Weil das für mich immer so klar ist, die, die mit mir arbeiten, werden da auch getrezt. Das habe ich aber so auch schon immer mal wieder eingestreut, kann man aber nicht oft genug sagen. Setzt euch mal hin und schreibt. Macht mal diese Schreibinventur. Zum Beispiel, was denke ich oder was denkt es in mir übers Muttersein, übers Vatersein, über Kinder? Dein Blick ist, erzähl. Ja, da kann man schon schöne Stereotypen aufziehen, finde ich. Also Mütter müssen immer gechillt und verständnisvoll sein. Kinder müssen immer folgsam und ruhig sein. Das ist witzig, dass du sowas sagst, weil folgsam ist ja jetzt auch nicht in deinem alltäglichen Wortschatz. Nee, stimmt. Aber weißt du, auf wie vielen Listen ich das schon gesehen habe? Wirklich, wenn die Leute anfangen und einfach nur mal rausschreiben, was so kommt, ohne drüber noch zu denken, einfach runterrotzen. Dann ist das wirklich so, Kinder sollte man sehen, aber nicht hören. Kinder müssen folgsam sein, Latters und Rotz. Und dann wieder Abgleich mit den Werten. Ist das das, was du leben willst? Ist das deine Wahrheit, die du heute noch glaubst? Oder ist das halt von irgendwo mal eine schlaue Info, die hängen geblieben ist? Ja. Okay, der Versuch einer Zusammenfassung. Deine Frage war, ich verhalte mich so, wie ich es von früher kenne. Und das ist nicht das Verhalten, was ich an den Tag legen möchte. Was tue ich? Genau. Dann sind wir jetzt sehr hin und her gehüpft. Richtig chronologisch geht es nicht, aber ich kann nochmal aufzählen, was erst dazu gehört. Ja. Erster Schritt, bemerken, wo genau das Problem ist. So klar wie möglich. Da ist kein Satz zu viel aufgeschrieben, wenn ihr das rausfinden wollt. So klar wie möglich. Dann akzeptieren, dass das gerade der Ist-Zustand ist. Das muss nicht so bleiben, es ist veränderbar. Raus aus der Verurteilung, rein in die Akzeptanz. Erst dann geht Veränderung in Leichtigkeit. Dann gerne ein bisschen wühlen. Wie war es denn früher? Was hat mich geprägt? Auf jetzt und die Zukunft bezogen. Was sind deine Werte? Also wie möchtest du stattdessen? Wo wirst du hin? Wenn du dich so nicht verhalten wirst, wie stattdessen? Und dann, wenn nötig, mit Unterstützung inneres Kind abholen. Die ungefühlten oder unverarbeiteten Gefühle von früher. Ich sag mal nachholen. Die alten Überzeugungen auf Wahrheitsgehalt überprüfen. Dann habt ihr gut zu tun, aber ich verspreche, es lohnt sich. Und wie Vanessa gezeigt hat, man kommt da raus. Die ist wirklich da in ihrer Familie ein echter Pionier auch. Ja, klang ja so. Ja, weil sie hat angefangen, das so zu machen, wie alle Frauen, von denen sie weiß, vorher auch schon. Also auch so witzig, dieses Beispiel, dass die Frauen da mal sagen, sucht ja keinen Mann, der bleibt da eh nicht. Und aber nie eine von denen verlassen würde. Sondern immer die, die Männer weitergebracht haben. Vanessa hat sich da echt hingesetzt, hat diese Überzeugungen entdeckt, als Überzeugungen erkannt. Sie hat gesagt, hey, das sind ja gar keine Wahrheiten, was alle Menschen auf der Welt so leben. Sondern das ist ja unser Familienausschnitt. Muss das so sein? Hm, nö, eigentlich ja nicht. Geht uneigentlich? Hm, mal gucken. Sie hat da wirklich viele Muster durchbrochen, weil sie die Erste ist, die sich diesen schmerzhaften Gefühlen auf eine ganz bewusste, eigenverantwortliche Art gestellt hat. Sie hat gesagt, dass du dreckst weht, das ist nicht schön. Also gerade diese Scham sich selbst gegenüber ist ja ekelhaft. Ja. Aber du nimmst dich sowieso mit. Also du kommst ja nicht davon, du kommst nicht weg davon. Ja, da habe ich sie auch sehr bewundert. Ja, voll. Also ich ziehe auch absolut meinen Hut, dass sie gesagt hat, ich setze mich hier hin, ich lasse mich verlinken, ich zeige mein Gesicht. Und ich bin mir sicher, dass das eine der Folgen ist, mir die am meisten Mut machen, weil sie ist nicht die Einzige. Bei weitem nicht. Und die Leute, die diesen Podcast hören, da sind keine dabei, die sich denken, ach, der Watsche hat noch nie geschadet. Sondern das sind Leute, die in der Regel friedlich unterwegs sein wollen und liebevoll leben. Und trotzdem, wer sein Päckchen hat, wird manchmal vom Päckchen so geprägt, dass man den phasenweise ausgeliefert ist, so lange, bis man eben die Verantwortung übernimmt und sagt, so und jetzt setze ich mich ran und übe und arbeite darauf hin, dass es anders geht. Und es geht. Hat auch nicht lang gedauert. Und was jetzt mal zeitlich siehst, sie hat gesagt, ihr Sohn ist jetzt acht. Dieses Ereignis, wo sie gesagt hat, so geht es nicht weiter, sie muss was ändern, war fünf. Das ist nichts. Und die sind halt so friedlich, so liebevoll. Schön. Lassen wir es gut sein, sowas zu ergänzen zur Wiederholung? Nein, ich glaube, so kann man ganz gut strukturiert schon mal ein bisschen anfangen. Ihr wisst ja, ihr Lieben, wie immer, wenn es Nachfragen gibt, meldet euch. Genau, das wollte ich jetzt eh schon auch noch hinterher werfen und wer Fragen hat oder noch mehr Input braucht, gerne melden. Falls wir es nicht gleich beantworten können, wir sammeln ja auch immer für die Feedback und Fragenfolgen. Genau. Ach und dann, ihr Lieben, ich mache mal wieder einen Aufruf. Jetzt kommen zwar gerade neue potenzielle Interviewgäste rein, aber kurzfristig hatte ich mal wieder Schiss, uns gehen die Leute aus. Also wenn ihr selber Mutmachtgeschichten zu erzählen habt oder jemanden kennt, von dem ihr denkt, der oder die muss unbedingt hier die Geschichte erzählen, bitte, bitte schreibt mir. Ihr könnt uns schreiben über Facebook oder Instagram auf den Profilen der Mutmachtgespräche oder über Mail an post.franziska-ibanoff.de. Dann, ihr Lieben, habt ein schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüssi, bis bald.